Herzlich Willkommen auf der Testmanufaktur. In diesem Video geht es um die besten ergonomische Bürostühle. Der Qualitätssieger in unserem ergonomischer Bürostuhl-Test geht an den Ergotopia Ergonom. Der beliebte Bürostuhl Ergotopia sorgt für entspannte Muskulatur im gesamten Nacken- und Rückenbereich und bringt damit endlich Linderung bei lästigen Schmerzen. Exzellente Qualität! Setze ab jetzt auf den neuen Marken Bürostuhl, geprüft durch die Ergonomie-Experten und teameigenen Physiotherapeuten. Wir sind so überzeugt von der hohen Qualität des Drehstuhls, dass wir dir 5 Jahre Garantie auf die Mechanik des ergonomischen Bürostuhl gewähren, siehe dazu die Garantie-Zusammenfassung. Woanders muss man sie zukaufen, bei Ergotopia sind sie kostenlos dabei. Kopfstütze und Lordosenstütze geben dir das perfekte Sitzgefühl. Individuell einstellbar, egal wie klein oder groß du bist, der Bürostuhl passt zu dir, weil er sich in der Höhe an den Armlehnen und an der Kopfstütze bequem verstellen lässt. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Siho Ergonomische Bürostuhl. Siho ist ein professioneller Lieferant für ergonomische Möbel und setzt sich sättig dafür ein, den internationalen Kunden umfangreiche Lösungen zu Büroeinrichtungen anzubieten. 45 Grad Rotationsmöglichkeit einzustellen, die verstellbare Höhe bis zu 10 cm. Es ist ein befähigter Schutz für ihre Halswirbel. Die drei Neigungswinkel der Rückenlehne eignen sich zum Arbeiten, Lesen und Ausruhen und erfüllen ihre unterschiedlichen Anforderungen. Ziehen Sie den Hebel heraus, um die Neigung der Rückenlehne einzustellen, und drücken Sie den Hebel hinein, um die Neigung der Rückenlehne zu fixieren. Die Armlehne ist aus hochwertigem Nylon und hat eine verstellbare Höhe von 10 cm. Sie ist glatt und fein. Der Lufthebebock hat die SGS-Prüfung bestanden. Der ist aus Stahl und hat eine verstellbare Höhe von 10 cm. Mit dem W-förmigen Design wird der Druck auf ihr Gesäß beim Sitzen vermindert. Die Füße des Stuhls sind aus einer Aluminiumlegierung, deren Oberfläche poliert sind. Es macht den Stuhl stabiler. Das gebrauchte Netzgewebe ist porös, sehr zugfest und haltbar. Die Laufrollen sind mit Kuh eingewickelt. Sie laufen geräuschlos auf dem Parkett und schaden ihn überhaupt nicht. Der Preis-Leistung-Sieger in dem ergonomischer Bürostuhl-Test ist das Topstar-Modell. Bequemer Wandscheidensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich Design Rückenlehne mit atmungsaktivem und robustem Netzbezug, über Rastermechanik in der Höhe verstellbar. Punkt-Synchron-Mechanik zur Synchronenverstellung von Sitz- und Rückenlehne-Neigung Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, verkromte Gasfeder. Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden. Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen in schwarz mit verkromtem Bügel. Stoffbezug Sitzfläche 100% Polypropylen in schwarz. Netzrückenlehne 100% Polyester in schwarz. Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen. Falls dir das Video gefallen hat, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.